Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zu einer kleinen Sonderfolge. Ein kleines FAQ und mein neuer Rechner. Ja, ich mache es einfach mal hier zwischendrin in meinen normalen Videorhythmus, weil es gab so viele Interaktionen, Reaktionen, Glückwünsche, wie auch immer zu meinen 100 Abonnenten. Da wollte ich dann einfach mal ein kleines Frage-Antwort-Video dazu einschalten. Ihr könnt auch hier drunter gerne weitere Kommentare hauen und alle möglichen Sachen, die euch so einfallen. Dann machen wir das Ganze auf jeden Fall regelmäßig. Ja, ich habe meinen neuen Rechner am Start und wollte euch darüber ein bisschen was erzählen und zeigen. Was heißt zeigen in Rahmen meiner Möglichkeiten hier. Ich kann jetzt nicht die feste Kamera hier nehmen und die rumschwenken. Das Kabel wäre zwar relativ lang genug, aber man müsste an die Bildschirme vorbei. Und ich müsste eine Überblendung, also irgendwie was anderes einblenden. Das wäre jetzt nicht so die gute Idee. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche nochmals. Auch an dieser Stelle hier beim kleinen FAQ. Und ja, ich hoffe, es ist, weiß ich, ob es perfekt 4K ist. Wie gesagt, mit meinem neuen Rechner hier läuft alles wesentlich fixer, wesentlich schneller. Ich bin der Meinung, das sieht auch schon ein bisschen schicker aus. Verzeiht mir bitte hier so ein bisschen die Möhle über dem Tisch und der Tisch. Das ist mal, das bin ich. Das ist so. Ansonsten über mir die Funkos an der Seite zeige ich euch gleich, damit ihr auch mal die andere Seite seht. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt erst mal um Kommentare kümmern hier um diesen Videos. Und ihr kümmert euch bitte um weiterhin Likes und Abos. Oder halt auch andere Fragen, die ihr im Kopf habt, hier drunter zu stellen. Denn auch wenn wir jetzt 100 und Moment 7 Abonnenten sind aktuell, ist immer noch so roundabout, ja sagen wir mal 70 Prozent, die noch nicht abonniert haben. Die wir trotzdem irgendwann mal ein Video hier von mir angeklickt haben. Ja, fangen wir an. Der Ed Monster, der Dirk hat geschrieben, du schaffst auch die 3000, auch wenn es ein bisschen dauert. Zumindest drücke ich dir die Daumen. Ja, eine Cut der Folge wäre mal wieder nice. Ja, schönen, schönen Dank. Davon träume ich leider noch so ein bisschen. Mein kleines Ziel sind erst mal die 500 Kommentare zu erreichen, weil man dann so einen kleinen Meilenstein bei YouTube freischaltet. Dann in Verbindung mit 3000 Stunden Videomaterial auf dem Channel wäre es mir möglich zu monetarisieren, also quasi Geld zu verdienen mit meinen Videos. Aber das ist noch ein ganz, ganz großer Schritt, den ich aktuell natürlich nicht verfolge. Auch wenn ich mit meinem eigentlichen Hauptjob als Straßenbahner nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden bin, aber es ist eine sichere Geldeinnahmequelle. Ja, das wird glaube ich noch ein paar Wochen und Monatchen dauern und jetzt ist ja erst mal Urlaub bei mir angesagt. Ja, da ist ja dann eventuell eine kleine Lücke. Dann schreibst du noch, wenn jetzt das miserable Wetter kommt, versuche ich mal Hardcore Classic. Ja, da wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß. Ach ja, und Kataklysm Classic folgen definitiv im November. Ich verspreche, es werden dann auch ein paar mehr werden, nicht nur eine irgendwie. Ich habe es im Hinterkopf, es ist mir zeitlich gerade einfach leider nicht gegönnt. Ja, Hardcore Classic, wie einfach nichts für mich. Ihr seht ja in meinem Paladin-Let's Play, wie toll ich mich manchmal anstelle oder besser gesagt, wie dussel ich mich anstelle. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich sterbe halt sehr gerne in Situationen, wo man sagt, es ist unnötig, aber gut, okay. Aber Classic Hardcore, das ist schon wow. Ich habe da größten Respekt vor, die da auf Level 60 den Weg gehen in Instanzen, in Raids, keine Ahnung. Hut ab. Dann haben wir, ja, Mokkeshut. Ich kann es immer nur entziffern, Leute. Mit den Namen, die man hier geben kann. Verzeiht es mir, wenn ich es falsch ausspreche. Vielleicht auch Mokkeshut. Ich habe keine Ahnung. Verzeih es mir bitte. Ja, viel Erfolg und ein harter Weg. Das richtet sich natürlich an den neuen Ziel jetzt, was ich mir gesetzt habe, die 500 Abonnenten zu erreichen. Dann Andy McFly, auch fleißiger Kommentarschreiber. Ich habe heute mit deinem Let's Play angefangen und mir hat das direkt gut gefallen. Ich spiele selbst seit kurzem auch Mensch-Parler auf Classic Hardcore. Oh, Respekt dafür. Bin mal gespannt, wie weit ich komme. Abo und Daumen hoch dagelassen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich drücke natürlich auch die Daumen für Classic Hardcore. Du kannst ja gerne mal hier drunter schreiben als Kommentar, wie weit du gekommen bist. Wann war der erste Tod? Die meisten sterben ja entweder gleich noch in Northshire oder in Westfall, statistisch. Blizzard hat da ja mal so ein paar Statistiken rausgehauen, wo die meisten das erste Mal abgelebt sind. So, weiter schreibt er noch. Kann mich noch gut an den Release von WoW erinnern. Das erste Mal Starboard und Ironforge war sehr beeindruckend. Ich weiß noch, dass ich mir damals noch Informationen über Fachzeitschriften geholt habe. Wiederschönes Video. Freue mich schon auf das nächste. Kleine Randinfo. Er holt gerade ein bisschen meine Let's Play Videos auf. Ja, ich habe es ja auch drunter geschrieben. Mein erstes Mal war Darnassos. Das hat ein richtiger Schlagen noch auf so einen schönen Röhrenmonitor. Oder war es schon der erste Flachbild? Nein, es könnte noch eine Röhre gewesen sein. Bin mir nicht hundertprozentig. Das ist schon so lange her. Es könnte auch schon einer der ersten dicken Flat Screens gewesen sein. Schönste 800 mal 600 Auflösung. Da war ja WoW noch in den Kinderschuhen. Man konnte sogar teilweise auf 640 noch spielen. Ja, das war krass. Das erste Mal Darnassos. Boah, da wurde man geflasht. Das hörte gar nicht auf, das Sabbern und Staunen. So, dann schreibt Andy McFly noch. Wieder eine schöne Folge. Freue mich auf die nächste. Bis dahin werde ich noch die Let's Plays von Anfang an aufholen. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du da näher rückst. Und wie gesagt, bei über 110, 115, 16 Folgen sind wir jetzt ja mittlerweile. Ja. Okay. Nicht, dass mein Headset hier abkracht. Auch wenn ich es nicht brauche. Ich habe hier, wie gesagt, erkläre ich gleich. Wir hoffen, der Ton funktioniert. Ich habe jetzt keine Hintergrundmusik. Okay. Okay, dann haben wir Dennis Hilg oder H-I-L-K. Chilliges Video. Habt den Pala erst in BC kennengelernt. Spiel aber aktiv Klassik Horde. Auch da meinen höchsten Respekt für Horde spielen. Da kenne ich mich so fast gar nicht aus, LG. Und, also liebe Grüße, kannst ruhig sagen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, wie erwähnt, oder ich erwähne es auch gerne in Videos, dass ich maximal bei meiner Schmiede kurz ein bisschen Hilfe brauche. Also, ja, Paladin, wie gesagt, ich habe ihn zu Klassik-BC zu Grube-Zeiten gespielt und dann nochmal zu Nordend-Zeiten. Ansonsten eher so als Twink. Ja, und jetzt halt nochmal das Klassikerlebnis nacherleben. Ja, dann Motivation1t7v für den Algorithmus kommentiert. Vielen, vielen Dank dafür. MonsterDuck nochmal, Like ist raus für immer. Recht herzlichen Dank. Und Paradoxes City lebt noch. Wow, ich bin ja begeistert. Und den Kommentar habe ich heute noch gar nicht gelesen, aber ich hatte noch ein bisschen Stress, zeitlichen Stress auf Arbeit. Sonst hat man eigentlich keinen Stress. Aber anderes Thema, konnte ich nicht bei YouTube reingucken in eine App. Warst du inzwischen mal im Kloster, würde ich ja gerne ziehen. Aber dich mal online zu wischen, grenzt an ein Wunder. Ja, man kennt ja meine Aufnahmezeiten, meistens vormittags. Ja, das ist halt leider meinem privaten Umfeld geschuldet. Habe ich ja schon oft genug erklärt, dass ich meistens so zwischen 6 und 14 Uhr aufnehme, wenn ich denn mal viel Zeit habe. Nein, ich war nicht im Scharlach-Roten-Kloster. Ich war da noch nicht drin. Wie gesagt, bin jetzt Stufe 42 fast. Fehlt ja nur noch so ein kleines Stückchen. Ja, vielleicht klappt das irgendwann. Ich habe jetzt, glaube ich, am Freitag eventuell noch ein bisschen Zeit, mal abends zu zocken. Ist aber noch in der Schwebe. Vielleicht wird es dann etwas. Ja, das zu den Kommentaren. Wie gesagt, haut weitere Kommentare drunter. Dann beantworte ich die fleißig und mache dann auch ein zweites FAQ-Video. Und jetzt geht es vornehmlich mal um meinen neuen Rechner. Dafür schalte ich mal um. Ich hoffe, das klappt jetzt alles mit OBS hier. Ich blende mal meinen Browser ein. Mach den mal relativ mittig. Ziehe ich mal ein bisschen größer. Und ja, wie gesagt, dieses Gehäuser habe ich mir gekauft. Das ist von Bequite, Shadow Base 500. Und da ist zwei Lüfter standardmäßig drin. Wie gesagt, von Alternate hier die Seite. Da würde ich mal das Inleer ein bisschen sehen. Ich habe mir noch einen dritten Bequite-Lüfter. Also genau denselben, der drin ist. Der hat auch eine Kennzeichnung auf der anderen Seite. Jetzt beide hier auf Bequite gedreht, dass man es nicht lesen kann. Dann Shadow Wing 2 oder so heißen die. 140 Millimeter. Ich habe mir noch einen dritten Hals gekauft. Habe den hier nach oben gesetzt. Und darunter dann halt noch einen zweiten, dass ich vorne zwei Lüfter habe. Hinten den einen. Und das Ganze sieht dann so ganz spontan mal mit dem Handy fotografiert aus. Ja, wie gesagt, Mainboard, klar, Lüfter. Denn der Shadow Rock 3 Lüfter von Bequite. Hier meine 4070 Super. Wie gesagt, das Kabel hier lässt sich leider nicht vermeiden. Der Stromanschluss vom, da wo jetzt das Plus ja ist, ne. Mein Mauszeiger, der Stromanschluss von der Grafikkarte ist leider hier und nicht hinten. Oder also auf der, ne. Dadurch muss man das Kabel hier einmal nach hinten führen. Ist ein bisschen ungünstig. Und das lange Kabel hier kriege ich leider auch nicht besser versteckt, weil ich es nicht an die Rückwand pinnen kann. Da ist leider keine Vorrichtung. Ist ein bisschen doof. Aber okay. Können wir die ändern. Ja, wie gesagt, hier meine RAM-Riegel. Die kann ich leuchten lassen, wie ich sie will. Ich habe die jetzt in Weiß und Hellblau leuchten. Und, ähm. Ja, sieht nicht schick aus, wie das war. Nur ein spontanes Foto, ne. Also, ähm. Ja. Das nur mal so dazu. Ähm. Ja, wie gesagt, ähm. Ich habe den, also alles andere, äh. Ich packe das auch in die Videobeschreibung. Meine neuen Verlinkungen mache ich dann fertig. Ähm. Falls ihr Interesse habt, ähm. Äh. Ist unbezahlte Werbung quasi. Ich kriege dafür auch kein Obolus oder sonst was, ne. Ich verlinke das nur gerne. Meine, äh, Rechnerdaten, die ich hier benutze. Ähm. Ich habe es ja, glaube ich, Eventer schon mal erwähnt. Ich habe den, äh, AMD Ryzen 7 5700X 3D drin. Ähm. Dann den Big White Shadowrock, äh. Zwei, drei. Ich glaube, zwei heißt er. Den Lüfter. Ähm. Das ASOC. Ich habe es ja hier noch stehen. Das, äh. Hier ist mein Mainboard. Ich muss ein bisschen nach da. Das Rockstrix B55F Gaming Wi-Fi 2. Geiler Name, aber ich wollte das, äh, haben. Allein erstmal wegen Preis-Leistung. Und, ähm, weil ich jetzt endlich hier kabellos, ich bin hier endlich kabellos. Ähm. Ja, das Ding kann halt Bluetooth und hat einen eigenen WLAN-Empfänger hintendran. Ähm. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und der Preis natürlich auch ein bisschen und was die Spezifikation kann. Ja, es ist nur ein DDR4 Mainboard. Ähm. Ähm, aber der Prozessor kann auch nur DDR4. Aber gut, ähm, ich hätte sonst auch auf DDR5 gespeckt, aber es ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, das zu tun. Ähm, aktuell hat man überhaupt noch keinen Vorteil von DDR5-Arbeitsspeicher. Das mögen manche anders sehen. Ähm, für mein Streaming hier reicht DDR4 völlig aus. Das ist von, ähm, Corsair, Vengen, keine Ahnung, die haben ja so schrottige Namen, ne? Ähm. Ähm, 64 Gigabyte in 3600 Megahertz, weil höher braucht man nicht gehen bei DDR4. Die Leistung erreicht man sowieso nie. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich hab die Gigabyte oder Bits oder wie auch immer Gigabyte heißt eigentlich, ne? Müsste es auszusprechen sein. Die GeForce RTX 4070 Super Eagle. Ähm, wie der Adler. Ähm. Ähm, hab ich drin. Ähm, die war preislich mal, äh, geschossen mit Cashback, äh, für 600 Euro. Glatt bei, ähm, ähm, äh, gute Frage. Alternate, glaube ich, ich weiß gar nicht. Oder bei selber auf den Seite. Ich hab keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, verfolgt Preisvergleichsseiten. Da, es gibt Angebote ohne Ende. Jetzt ist wieder zwei Tage Prime Day. Ähm, Black Friday steht nächsten Monat vor der Tür. Also, ähm, ja. Ich bin total zufrieden damit. Der Rechner ist null zu hören, weil das Bequiet, ähm, auch kleine Schallschutzplatten hat, ähm, drumherum. Dann, äh, die Scheibe, die ihr gerade gesehen habt, ist eine echte Glasscheibe. Die ist, glaube ich, ein Zentimeter dick. Also nicht wie bei meinem vorigen Gehäuse. Da war es nur eine durchsichtige Plastisscheibe. Ähm, auch den recht hat man aber kaum gehört, ne? Aber, äh, ich bin echt zufrieden damit, ähm, ja. Und, ähm, kann mich nicht beschweren. Ich muss jetzt natürlich noch alle möglichen Details machen. Ich hab hier noch nichts, äh, eingestellt. Ich hab nur, äh, meine alte Festplatte mitgenommen. Äh, meine 89 Evo von Samsung. Äh, meine MV2, irgendwas, wie es heißt, ne? Dieser kleine Speicherriegel, die noch die Playstation 5 drin hat, ähm, zum Beispiel. Und, ähm, ja, ich muss noch die Treiber aktualisieren vom Mainboy. Ich muss alle möglichen Dinge machen. Äh, ich hab einfach nur, äh, die Mainboard Treiber halt aktualisiert. Dann ging Windows, äh, nachts nach zwei, drei, äh, Denkfehler in meinerseits, ging dann Windows an. Und, ähm, ja, zum Glück alle Einstellungen so behalten, dass ich hier quasi nur noch ein bisschen, äh, nachjustieren musste von OBS, äh, auf 4K gestellt. Ähm, auch wenn es leicht pixelig wirkt, das Bild, also so ein Rauschen. Ich weiß auch nicht, wie ich es wegkriege. Ich, ich bin dabei, dass, äh, ja, irgendwie zu fixen, dass ich dieses leichte Bildrauschen wegkriege. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin bald dran, ne? Ansonsten, äh, seht ihr mich ja eh eher, Entschuldigung, äh, unten in der Ecke, da ist das nicht so dramatisch. Da fällt das null auf. Ähm, ja, ach ja, ich wollte, ähm, Moment. Äh, ich wollte euch ja noch Bild 2 zeigen. Jetzt zum Schluss, ihr seht ja sonst immer nur meine Rückseite, damit ihr auch mal meine Vorderseite seht. Ähm, oh Gott, kann ich das hier zoomen? Ja, das ist meine Vorderseite, ne? Ich hoffe, es ist groß genug. Ich möchte das jetzt hier auch vorbeziehen. Äh, ist total, warum ist das so unscharf geworden? Hm, merkwürdig. Also, das ist die andere Seite, ne? Wie gesagt, ich hab hier das große, äh, Funko-Pop-Regal, ne? Mit Star Wars, äh, fast komplett, oben hab ich Harry Potter eingestellt. Äh, alles Star Wars sonst, äh, ne? Das sind meine beiden Dell-Monitore, meine Kamera, äh, ihr seht's ja, ne? Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ähm, so sieht mein Arbeitsplatz hier aus. Zwischen zwei tollen schwedischen Schränken. Ähm, passt aber perfekt dazwischen. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Gibt's, glaube ich, nicht viel zu erklären dazu. Ich hab's euch mal eingeblendet, damit ihr mal seht, ähm, welche Seite ich dann sehe. Und ihr seid ja immer nur die andere Richtung, ne? Ähm, ja, ansonsten eigentlich nichts Interessantes zu sehen. Äh, ihr Materia Live-DVD, äh, der Abstieg wie Werder Bremen, zweite Liga-Doku, ne? Hier, äh, Yu-Gi-Oh und Dragonball-DVDs plus Pokémon, ne? Meine große Sammlung, alle Boxen von der ganzen Serien. Ne, sind da drin versteckt. Ähm, ja. Boah, eigentlich keine Geheimnisse hier zu sehen, ne? Und genau, das hätte ich nämlich jetzt noch fast vergessen. Gut, dann habe ich hoffentlich, äh, alles, äh, im Kopf behalten, dass das auch hier alles so reibungslos funktioniert. Und dann werde ich das nämlich auch gleich hochladen. Ja, ähm, ich werde dann noch 118, 119, habe ich noch nicht hochgeladen, das mache ich dann, ähm, jetzt natürlich auch sofort. Ähm, dann sind wir schon versorgt bis zum 21. Oktober. Ähm, dieses Video hier erscheint am 14. Oktober. Ähm, es kann sein, dass vielleicht ein oder zwei Folgen ausfallen, weil ich das im Urlaub bin ab 17. und das nicht schaffe. Also, dann tut es mir sehr leid. Also, dann gibt es vielleicht mal eine Woche vielleicht kein Video. Ich bemühe mich, das hinzukriegen. Ähm, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, habe ich eigentlich alles gesagt? Und, ähm, wie gesagt, das war das erste kleine FAQ und mein neuer Rechner. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung von meinen Komponenten. Und, ähm, ja, dann soll es das für das erste FAQ gewesen sein, indem ich ein bisschen eure Kommentare vorlese. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wie immer, Daumen hoch, liken, etc. pp. Ihr wisst ja, ich habe schon oft genug erklärt, wie YouTube funktioniert. Interaktionen wichtiger wie Abos, aber Abos brauche ich leider, damit mein, äh, Account, ähm, weiter auf YouTube, äh, verteilt wird. Damit da für mehrere Leute sichtbar wird, die mich nicht, äh, kennen. Das ist leider Algorithmus. Äh, werde ich sicherlich noch häufiger erklären. Denn ansonsten bastel ich jetzt hier an den weiteren Details. Ich hoffe, ich war nicht zu laut, nicht zu leise. Ähm, ich habe das alles noch nicht richtig eingestellt, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und wissen lassen, dass ich jetzt hier neue Gaming-Power, auch in WoW ist dann alles auf Anschlag gestellt, höchste Grafikpracht. Und den Rest, ähm, erledigen wir dann nach und nach. Oder erledige ich, besser gesagt, ähm, nach und nach, ähm, während meiner Folgen. Da seid ihr dann live mit dabei. Und dann habe ich jetzt hier, na, nicht ganz die 20 Minuten geschafft. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ähm, verzeiht mir die Möhle im Hintergrund, die, die da, das gehört einfach dazu. Ansonsten seht ihr mich ja eher ohne Hintergrund, ähm, ja. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt. Danke euch fürs Zusehen und freue mich auf das nächste Mal hier auf meinem kuscheligen kleinen Channel Gamepad.